So, 3D-Computer-Animation, da steckt das Wort Animation drin und das wollen wir heute mal machen. Das hat nichts mit der neuen Version von Maya zu tun, das gab es schon seit Maya 1.0, das gab es schon in den Vorgängerausgaben, das gibt es bei den Konkurrenzprodukten, Softimage, 3D-Studio Max, Cinema 4D und so weiter, schon immer, das ist einfach das Grundsätzliche. Ich zeige euch jetzt nur mal, wie es in Maya aussieht, dazu geht hier oben in Modeling, das heißt, wir brauchen Geometrie erstmal für unseren Raum hier, der im Moment leer ist, und da setze ich einfach mal eine Kugel rein, drücke die Taste W, um die Kugel ein bisschen nach links zu schieben, setze den Würfel rein, den lasse ich da stehen in der Mitte, und setze den Zylinder hier rein, und den schiebe ich ein bisschen nach rechts. Jetzt habe ich drei Objekte, die so nett nebeneinander stehen. Ich gebe jetzt mal typischerweise einem eine Farbe, und zwar, ihr könnt es dann bei den anderen wiederholen, wiederholen, ich gehe mal auf den Würfel, rechte Maustaste, und hier unten steht Assign New Material, also klebe ein neues Material drauf, und da klebe ich jetzt, weil es gerade hier in der Mitte ist, einen Phong Shader drauf, der spiegelt ganz angenehm, spielt aber hier keine Rolle, und hier im Attributeditor sehe ich die Farbe, und da gehe ich auf eine andere Farbe, meinetwegen auf dieses Gelb. Jetzt habe ich also einen gelben Zylinder, ihr könnt das entsprechend dann die Kugel und so weiter anders einfärben und den Würfel. So, wir animieren jetzt die Kugel, und zwar folgendermaßen. Unsere Animationsleiste ist diese hier. Die geht von 1 bis 120. Die kann man natürlich völlig beliebig, man kann 5 Stunden einstellen, man kann aber auch nur 3 Sekunden da einstellen. In der normalen Fernsehwelt sind so 24, 25, manchmal 30 Bilder pro Sekunde angesagt, das heißt, wenn es 120 Einzelbilder sind, dann spielt das ungefähr so 3 Sekunden, 4 Sekunden ab, oder 5 Sekunden. Im Moment tut sich nichts, wenn ich über diese Linie hindurch scrubbe, aber ich werde es jetzt gleich ändern. Ich fange mit dieser Kugel hier an, die ist ausgewählt, und jetzt drücke ich die Taste S. Wenn ich die Taste S gedrückt habe, hat sich hier unten eine rote Linie bemerkbar gemacht. Und jetzt mache ich etwas Grundsätzliches, das macht man ganz häufig in der Computeranimation, man geht ans Ende der Animation, jetzt in diesem Fall 120 Frames, und drückt nochmal S. Damit habe ich die Position von dieser Kugel festgeschrieben am Anfang und am Ende, aber nicht in der Mitte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu 55 gehe, das wäre nicht genau in der Mitte, und lasse diese Kugel ganz hinten stehen, drücke wieder S, dann macht mir die Kugel die Bewegung von hier nach ganz hinten und kehrt eben wieder zurück. So, wenn ich diese Animation jetzt abspielen lasse, dann kommt es darauf an, wie bei euch die Settings sind. Hier in dieser Timeline die rechte Maustaste bitte und Playback Speed angucken. Die sollte auf Realtime stehen, also auf der Echtzeit, und nicht auf Play Every Frame Free. Play Every Frame Free würde die in der Regel viel zu schnell ablaufen lassen. Wir wollen die Echtzeit hier sehen, also schaut, dass das eingestellt ist. So, und jetzt lasse ich das hier laufen mit diesen Kontroll-Abspielknöpfen, und dann macht die Kugel genau das, was ich mir gewünscht habe, und jetzt wiederholt sich die Animation, und dann geht es immer weiter sofort. Den Würfel, den möchte ich drehen. Und auch hier setze ich ganz am Anfang wieder einen Keyframe, S, und am Schluss auch einen Keyframe, und in der Mitte drehe ich den jetzt wild herum. Die Drehtaste ist das E, wird sich auch hier bemerkbar machen. Wenn ich E drücke, wird es zu diesem Icon hier, und ich kriege jetzt hier diese Drehhandles, und ich drehe es einfach mal wild so in verschiedene Richtungen. So, jetzt setze ich wieder ein S, nicht vergessen, hier entsteht der rote Punkt. Und damit haben wir jetzt zwei Objekte, die sich die Translations- und Rotationsbewegungen machen. Achtet mal weniger auf die Kugel links, sondern achtet auf den Würfel in der Mitte. Ja, der dreht sich jetzt, und dann dreht sich wieder zurück, weil er muss ja in die Rotation vom Anfang wieder zurückkehren. Muss er nicht, aber haben wir eben so gemacht. So, und diesen Zylinder hier, da gehe ich auch wieder auf den Anfang, drücke S, also Keyframe, am Schluss wieder S, und mache ich mal zum Beispiel auf Frame 25, jetzt drücke ich die Taste R, das ist die für die Skalierung, sieht man auch hier. Ich skaliere den bei Frame 25 ganz klein, drücke die Taste S, mache ihn hier sehr groß, drücke die Taste S, und mache ihn hier wieder ganz klein, drücke die Taste S, mache ihn hier nochmal super groß, drücke die Taste S. Jetzt sieht unsere ganze Animation so aus. Und damit habt ihr mitgekriegt, wie man grundsätzlich Sachen animiert, und natürlich sieht es toll aus, wenn man mit der Kamera ein bisschen drum herum geht. Ich mache das mit der Alt-Taste und der linken Maustaste. Ich mache das mit der Alt-Taste und der Linken Maustaste. Ich mache das mit der Alt-Taste und der Linken Maustaste. Vielen Dank.